Ich muss euch einfach die Wahrheit sagen, Leute. Ich muss euch die Wahrheit sagen. Wenn es um Schwachsinn geht, spitzenmäßigen Bundesliga-Reifen Schwachsinn, dann kommst du auf keinen Fall am Allzeitchampion der falschen Versprechungen und übertriebenen Behauptungen vorbei. Religion. Denk mal drüber nach. Religion hat die Leute tatsächlich dazu gebracht zu denken, dass da ein unsichtbarer Mann ist, der im Himmel lebt und der alles beobachtet, was du tust. Jede Minute, jeden Tag. Und der unsichtbare Mann hat eine spezielle Liste mit zehn Dingen, die er dir verbietet zu tun. Und wenn du von diesen Dingen irgendetwas machst, dann hat er einen speziellen Platz voll Feuer, Rauch, Folter und Qualen, wohin er dich verdammen wird und dort zu leiden, zu brennen, zu schreien und zu weinen, für immer und ewig, bis an das Ende aller Zeit. Aber er liebt dich. Er liebt dich. Er liebt dich und er braucht Geld. Er braucht immer Geld. Er ist perfekt, allmächtig, allwissend und weise, aber irgendwie kann er einfach nicht mit Geld umgehen. Religion nimmt Milliarden von Dollars ein, sie zahlen keine Steuern drauf und sie brauchen immer noch ein bisschen mehr. Also, wenn es um eine richtig schwachsinnige Geschichte geht. Heilige Scheiße.